Hey Leute, was geht? Willkommen jetzt zur hammergeilsten Folge, die ihr überhaupt je in eurem Leben gesehen habt. Und zwar Need for Speed, Carbone, das Bossrennen von Darius. Möchtest du Darius herausfordern zum Eventspringen? Da muss ich jetzt erst gegen Kenji, Wolf und Angie heißt die, glaube ich. Irgendeine Frau. Im Canyonrennen antreten. Da, guck mal, da sind alle Bosse. Und da habe ich es schon direkt hier rasiert mit 250 in die erste Kurve rein. So, Darius, jetzt geht es dir an den Kragen hier. Oh ja. Der ein bisschen besseres Handlinge kriegt. Nach dem Getriebe Austausch. Und nach dem Bremsenrennpaket. Alter Schwede. Richtig geil, Junge. Upsala. Alter, geht mir das auf den Sack, ey. Wo ist das hier? Option. Audio. Menü. Spielmusik. Was ist da los? Was ist da los? Jetzt kommt hier auch mal endlich Mucke. Okay, ist ein bisschen zu laut. Ja, ist schwierig mit mir hier, Leute. Warte, hier, Zeug. 20 reicht ja wohl. Fertig. 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 Was bin ich eigentlich für ein Idiot? Ich gebe mir eine Kurve Nitro, Alter. Boah. Mein Gott, ey. Was habe ich denn geraucht, bitte? Alle Wagen, die ich hier abgezogen habe und hier freigeschaltet habe, gegen die fahre ich jetzt alle nochmal zusammen. Ey, der Lamborghini muss, die Lage muss natürlich wieder was treiben hier. 76 Prozent beendet. Der ist immer noch vor mir. Alter, was geht denn bei dem ab, ey? Na ja, aber verkackt. Nochmal. Einmal alle Schilder mitnehmen hier. Ich wette bei McLaren oder bei Moselago, wenn ich da hier alle Rennpakete von Stufe 3 reinmache, dann ist der besser als der Wiper. Aber Wiper ist ein Musclecar und ich würde keine Exoten haben. Hinter vielleicht, wenn ich das nötige Kleingeld gerade in der Tasche habe. So, erster immer noch hier. Aber sobald er mich einmal eingeholt hat, habe ich verloren. Vorhin an dieser Stelle hatte er mich, glaube ich, schon. Was ist das für eine Musik, ey? Alter. I'm no good. Okay. Boah, hier, ey. Zur Seite mit dir. Knapp. Ich habe mich schon gehört. Nein, 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 nein Wann ist Darius da jetzt bei? Nein. Jetzt muss ich gegen die auch nochmal in der Stadt antreten oder was? Was soll denn der Scheiß? Wann kann ich denn endlich gegen Darius? Jo. Ja, wie der Moosilago einfach nur übertreiben muss, alter. Boah, wie der Moosilago übertreibt. Guckt euch meine Beschleunigung an. Die nehmen aber auch alle diese Abkürzungen hier. Ich glaube, die sind so programmiert worden, dass sie jede Abkürzung jetzt nehmen. Alter Schwede, hier geht die Lucian das Mointy ab. Boah, Junge. Ich nehme auch alles mit, was nicht nid- und nagelfest ist. Diesmal fahre ich in unsere Spur hier. Gerade bin ich beim Gegenverkehr gelandet. Oh, 18 Bahnen oder was hier? 18 Fahrspuren. Boah, knapp. Knappe die, knapp, knapp. Nein. Jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich, jetzt hat er mich. Fuck off. Boah, alter, der Lancer, der hat auch eine krassen, alter, so ein krasses Handling. Aber den kriege ich noch. Ich kriege ihn ja auch. Gerade mal 50% geschafft hier. Boah, ich dachte erst, bin ich vor die Wand gefahren, ey, aber nee. Die nehmen auch jede Abkürzung. Das sind doch Arschlöcher, ey. Das sind doch Arschlöcher, ey. Da kannst du mir nur sagen, was du willst. Hier ist eine Abkürzung, jo. Hab ich erst nicht gesehen. Gut, dass der Dodge Viper so rutscht. Und die nehmen auch jede. Boah, alter. Boah, komm, ey. Fahrt in irgendwelche Autos rein. 71%. 71%. Nein! Bei 79% hängt der Wagen fest. Ach du Scheiße, wieder verloren. Ja. Alter. Irgendeinen Wagen von denen muss ich mal übertreiben. Kann das sein? 89%, ey. Da vorne ist er. Kann ich vergessen, alter. Fuck! Man, ey. So ein Dreck, ey. Das gibt's ja überhaupt nicht. Das kann nicht wahr sein, ey. Jo, alles klar. Alles klar, ey. Mann. Boah, alter. Rutscht der weg. Alter Schwede, ey. Ja, genau. Jetzt übertreibt er wieder so, ey. Ja. Sobald sie dich einmal haben, ist vorbei, ey. Ey, wie kann er die Kurve so nehmen? Willst du mich verarschen, alter? Ey, der will mich doch natzen, ey. Ja, genau. Alter, sobald er dich einmal einhat, ey. Hast du verkackt fürs Leben, ey. Jo, unverkackt. Jo, unverkackt. Es darf nicht wahr sein, alter. Dieses Spiel, ne? Boah, ey. Ey, wenn das gegen die Affen schon so krass ist, wie ist das dann gleich gegen diesen hässlichen Darius, ey. Boah, ey. 300, jawohl. So, hier, fress ihr Affen, ey. Jetzt habe ich Vorsprung, ey. Nein, und dann passiert so ein Dreck. Komm, komm, hier, hier, hier. Fress ihr Affen. Scheiße, sind sie nicht reingefahren. Fuck. Nix da, der wurde mich gerade schon wieder überholen, ey. Boah, alter, ist das krass hier, ey. Und die nehmen auch jede Abkürzung, alter Verfatter, ey. Wenn ich einmal eine Abkürzung nicht sehe, die hier zum Beispiel, hätte ich schon fast wieder nicht gesehen. Ja, ist ja echt verloren. Wenn du außen rumfährst und die Brettern einfach da durch. Boah, extra Nitro ein bisschen aufbewahren. Wenn ich hier durch eine Kurve nicht so schnell durchkomme. Also, dass ich danach direkt Fullspeed geben kann hier. So, wie hier zum Beispiel. Boah. Alter. Herzflash fürs Leben. 82%. Schöner mit 300 in der Kurve. Nein. Jawohl, 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 jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Jeeesss, Jeeesss, Alter. Oh, ich hab's geschafft. Mann, ey. Als ich durch Ziel gefahren bin, habe ich den Controller so in meinen Händen gedrückt, dass er schon geknackt hat. Audi R8. Weißt du, was ich mit dem Kopfgeld für dich gemacht hab? Ich hab Niki alles gekauft, was sie sich gewünscht hat. Ich weiß, ich bin gemein, aber das seht ihr erst in der nächsten Folge von Need for Speed Carbon.